Hallo meine Freunde, euer Coach, hier ist Cecil. Kaufe ich jetzt schnell noch Shiba Inu und Dogecoin? Weil es gibt ja einige Menschen, die sind damit sehr, sehr reich geworden. Und das ist ja ein ganz, ganz krasses Projekt. Und Cecil, warum sollte ich denn jetzt nicht Shiba Inu kaufen? Weil wenn ich Anfang des Jahres ungefähr 1 Dollar reingesteckt hätte, dann wäre ich jetzt Multimillionär. Das ist ja echt krass, muss ich unbedingt machen. Wieso sagst du denn überhaupt was Schlechtes darüber? Oder ist es denn überhaupt schlecht? Ist es denn überhaupt schlecht? Ist es vergleichbar mit Dogecoin? Das besprechen wir alles heute. Und ob ich vielleicht jetzt doch ein bisschen reinstecke. Also werde ich ein bisschen investieren oder vielleicht doch nicht. Das besprechen wir heute. Auf jeden Fall erstmal besprechen wir, wo ist denn der Unterschied zwischen Dogecoin und Shiba Inu. Dogecoin hat praktisch keine maximale Anzahl. Also es können praktisch unendlich erstellt werden. Und bei Shiba Inu ist es nicht so. Es sind zwar sehr, sehr viele, auf Englisch eine Quadrillion, ich weiß gar nicht, was das auf Deutsch heißt. Auf jeden Fall ist es sehr, 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 sehr viel. Deswegen sind die Preise auch immer 0,0000001. So. Das darf man jetzt aber nicht verwechseln mit dem Market Cap. Und das ist der erste Punkt, auf den man sofort achten muss. Und zwar das Wichtigste ist immer zu verstehen, es geht um den Market Cap. Es ist egal, ob ein Projekt, manche denken dann so, ja, aber Bitcoin kann ich ja jetzt nicht mehr kaufen, weil das kostet ja 61.000 Dollar. Das ist ja viel zu teuer, das kann ich mir nicht leisten. Und dann kaufe ich lieber Shiba Inu, weil da kriege ich für 10 Dollar, kriege ich praktisch 100.000 Shiba Inu. Aber darum geht es nicht. Es geht nicht darum, wie viel das kostet, sondern wie der Market Cap ist. Weil zum Beispiel, sagen wir mal, du hast einen Coin, Bitcoin, da gibt es maximal nur 21 Millionen insgesamt. So, danach richtet sich der Preis. Und bei Shiba Inu gibt es eine Quadrillion. So, das ist natürlich klar, dass dann dieser Preis sehr, sehr viel kleiner ist. Man muss gucken, Bitcoin ist jetzt bei einer Billion, 1,1 Billion. Und Shiba Inu ist bei 40 Milliarden. So, das heißt, wenn Shiba Inu von jetzt an so ein 25X, das glaube ich, machen würde, dann hätten sie den gleichen Market Cap wie Bitcoin. Was natürlich krass wäre. Und bei Dogecoin ist jetzt bei 31. So, beide jetzt ganz aktuell, ich muss bei diesen Coins immer so einmal kurz aktualisieren. Also, Dogecoin ist jetzt auf Platz 9 und Shiba Inu ist auf Platz 10. Sie haben beide 39 Milliarden an Market Cap. Das heißt, wenn von den beiden jetzt ein 10X passieren würde, dann wären sie knapp unter dem Market Cap von Ethereum. Das ist natürlich krass. Also, man muss immer gucken, nicht, was kostet das, sondern wie ist der Market Cap. Das ist das Wichtigste zu verstehen. Gibt es jetzt Unterschiede zwischen Dogecoin und Shiba Inu? Ja, Shiba Inu hat mehr Utility. Also, man kann damit wirklich mehr machen. Doch, Dogecoin ist eigentlich wirklich nur ein Meme Coin. Also, zum Spaß gemacht über Litecoin Network, glaube ich, war das damals. Und, ja, hat keine maximale Anzahl so. Das ist mehr ein Spaß Coin. Und bei Shiba Inu ist es schon so, man kann, also die haben so ein dezentralisiertes Exchange. Also, du kannst die Tokens auch swappen. Du hast da einen Liquidity Pool, du kannst Staking machen, du kannst NFTs machen. Die haben ihre eigenen kleinen Shiba-NFTs. Und wenn Elon Musk, der ja auch so einen Shiba Inu-Hund hat, wenn er da irgendwie was postet, dann sind alle ganz happy und kaufen diesen Coin und so. Und das ist alles auf Ethereum basierend. Also, auch wieder Bullish für Ethereum, weil was alles auf Ethereum gebaut ist, ist unfassbar. Also, DeFi, NFTs und so weiter. Es ist so krass, was darauf gebaut wird. Aber jetzt mal, um dazu zu kommen. Was heißt das denn jetzt, wenn in dem Kryptomarkt von 10, also den Top 10, 2 Meme-Coins drin sind? Das ist schon krass. Was heißt das? Für mich heißt das einmal, dass der Markt noch gar nicht gereift ist. Also, der gesamte Market Cap, muss ich auch gerade kurz aktualisieren und gucken, ist bei 2,7 Billionen von Krypto. Insgesamt. Das ist gerade mal so wie Apple. Also, das ist gerade mal so viel wie eine Firma. Und dass es jetzt 2 Meme-Coins in die Top 10 schaffen, das ist für mich ein Zeichen, dass der Markt noch sehr in den Babyschuhen steckt. Weil ich denke mal, wenn später das, was alles jetzt schon passiert, Länder reinkommen, später die ersten Rentenfonds sind schon drin, NFTs. Zum Beispiel gerade Timberland verkauft Alben jetzt über NFTs auch. Und dann kannst du das als NFT kaufen und kannst dann das remixen und so. Oder gerade ein anderer Rapper hat, ich weiß jetzt gerade den Namen nicht mehr, hat einen Rekord gebrochen. Er hat innerhalb von 57 Sekunden Platin-Status erreicht. Und zwar eine Million Alben verkauft über NFTs. So, das ist, der Markt, der ist noch so, da wird so viel noch reinkommen. Wenn die Länder, wenn die Rentenfonds drin sind, wenn DeFi drin ist, Banken investieren schon in DeFi. Das passiert alles auf Ethereum. Der Markt wird noch explodieren. So, und in Shiba Inu oder Dogecoin, da sind jetzt, glaube ich, keine Institutionen, dass eine Bank sagt, hey, ich kaufe jetzt Shiba Inu und ich kaufe jetzt Dogecoin. Deswegen ist, dass die beiden es in die Top Ten schaffen, eigentlich nur von Retail, also nur von so Investoren wie, ja, du und ich, dass irgendwelche Kiddies sagen, hey, Twitter, geil, ey, was, Shiba Inu, ich packe mal 100 Dollar rein, 50 Dollar rein. Weil, so, dass mit dem Volumen, das in Zukunft in 2, 3, 4 Jahren sein kann, dass Meme-Coins in die Top Ten kommen, das kann ich mir nicht vorstellen. So, es kann trotzdem sein, aber ich kann es mir nicht vorstellen. So, das ist auf jeden Fall krass. Was sehe ich noch daran, dass zwei praktisch jetzt so hoch sind in den Top Ten? Das ist krass. Wenn man guckt, was da drunter ist, zum Beispiel, ne, unter den Meme-Coins, so. So Sachen wie Terra, wie Chainlink, Chainlink ist ein Orakel, was praktisch aus der realen Welt alle Daten in die Blockchain trägt. Dann Polygon hast du, Avalanche, das sind Smart-Contract-Plattformen. Was da alles drunter ist, VeChain, Qualitätssicherung von allen Gütern, weltweit kann man damit machen. Dann haben wir Theda drin, wir haben so viele IOTA, wir haben so Elrond. Elrond ist praktisch auf Platz 41 und ist wie das Ethereum 2.0, aber jetzt schon da. So, Solana haben wir, okay, Solana ist drüber. Aber was alles für Projekte da drunter sind, das ist unfassbar, sodass die in die Top Ten kommen. Und was sagt mir das? Das sagt wieder das Gleiche, die Community ist so wichtig. Die Community, das ist das, was die Sachen pusht. So, und deswegen ist es so interessant, wo sind die stärksten Communities dahinter? Wie zum Beispiel Cardano hat eine extrem gute Community. Ethereum auch, darauf wird so viel gebaut. Jetzt neben den ganzen Sachen, die da drauf gebaut werden, so viele Programmierer bauen auf Ethereum. Und deswegen ist es auch ganz oben auf dem zweiten Platz. Aber worauf ich hinaus will, ist, die Community ist nicht zu unterschätzen. Und die Community ist so stark, dass es zwei Meme-Coins in die Top Ten gebracht hat. So, und jetzt kommen wir zum wichtigsten Punkt. Investiere ich jetzt da rein? Nein. Nein, natürlich nicht. Weil man muss natürlich immer sehen, okay, hätte ich Anfang des Jahres, hättest du mich Anfang des Jahres gefragt, würdest du in Shiba Inu investieren? Hätte ich es wahrscheinlich gemacht. Oder so, warum nicht? Das ist ein kleines Teil. Man soll nie das einsetzen, was man nicht bereit ist zu verlieren. Und in so einem Meme-Coin soll man nie, keine Ahnung, ich würde niemals mehr als zwei, drei, ein Prozent von dem, was ich habe, einsetzen. Aber dann ist es okay. Okay, aber jetzt, wo es schon bei 40 Milliarden ist, was habe ich denn noch für einen Raum nach oben? Also selbst, guck mal, wenn es sich jetzt, wenn sich die beiden Coins zum Beispiel verdoppeln würden, dann wäre es auf Platz vier. Dann wäre es neben Binance, die bei 83 Milliarden sind, daneben. Also es wäre praktisch auf Platz zwei bis drei, also Platz drei bis vier. Bei einer Verdoppelung. Das heißt, ich habe nach oben fast keinen Raum mehr, aber nach unten kann ich komplett durchfallen. Also wie Safe Moon oder wie sie alle hießen oder so. Ich kann nach unten komplett runterfallen. Deswegen würde ich jetzt natürlich nicht da investieren. Und vor allen Dingen würde ich auch nicht im All-Time-High, wenn ich schon sehe, was der Coin ist jetzt die nächsten, 60 Tage irgendwie 1.000, 2.000 Prozent gestiegen. Dann ist es dieses typische Fear of Missing Out, was die meisten Anfänger machen, dass man denkt, ah, ich habe was verpasst, ich muss jetzt schnell auch noch kaufen, weil ich denke, das geht ja unendlich lange nach oben und es wird auch in den nächsten 60 Tagen nochmal die nächsten 1.000 Prozent machen. Äh, eher nicht. Also deswegen, ich würde nie im All-Time-High, wäre ich ganz, ganz vorsichtig. Habe ich nur einmal vorher gemacht und zwar war es bei Binance. Binance, aber da war Binance erst bei 150 Dollar und das war da in dem Fall eine gute Entscheidung, weil es hochgegangen auf 600 damals oder so. Aber das hatte andere Gründe, weil das hat die ganzen Kunden, ja, von Ethereum weggenommen, weil sie diese Smart Contracts und viel günstiger und so weiter und so wollen. Aber beim Meme-Coin einfach so dieses, ey, ich kaufe im All-Time-High. Also im All-Time-High zu kaufen oder ganz oben nach einem Run von 1.000 Prozent, würde ich im Grundsatz nie machen. Das muss man auch immer im Kopf behalten. Aber wenn ihr investiert habt, wenn ihr 20 Euro eingesetzt habt und jetzt, dass da, keine Ahnung, 20.000 draus geworden sind, dann würde ich auf jeden Fall Gewinne jetzt realisieren und vielleicht woanders reinstecken. Okay, das ist auf jeden Fall meine Meinung. Wenn du ein Video hören willst, woran ich jetzt zuletzt investiert habe, dann schreib unbedingt in die Kommentare, ja, Cecil, würde ich unbedingt sehen. Sag mir, woran hast du investiert, wie siehst du den Markt und so weiter und so fort. Dann mache ich vielleicht ein nächstes Video darüber, weil ich so viele Anfragen hatte über Shiba Inu oder Dogecoin, ob man jetzt investieren soll. Und Cecil, warum denn eigentlich nicht? Deswegen habe ich dieses kurze Video gemacht. Das war es erstmal für heute. Liked das Video, abonniert den Kanal und denkt immer dran, dass Shiba Inu euch rausholt aus dieser ganzen Situation ist sehr, sehr unwahrscheinlich, weil da sind tausende Coins da draußen und den Einrichtigen zu finden ist immer schwierig. Und wenn man den Einrichtigen gefunden hat und sagen wir mal, man hat 1.000 Euro eingesetzt und man könnte jetzt eine Milliarde haben, trotzdem hätten die meisten auf dem Weg hoch schon verkauft. Also wenn ich 1.000 Euro einsetze und sehe dann auf einmal, ich könnte jetzt verkaufen und hätte 100.000, dann würden das die meisten machen. Oder 1.000.000, dann würden das die meisten machen. Oder 10.000.000, also von 1.000 auf 1.000.000 zu kommen, da hätten halt schon die meisten auf dem Weg dahin verkauft. Deswegen, das ist alles nicht so einfach. Ich stecke in einen Coin und so. Und damit man es besser kontrollieren kann, guckst du in die Kommentare. Erster Kommentar, angepinnt von mir. Das Video gucken, das ist das Wichtigste. Und das war es erstmal für heute. Bis dann, euer Coach, Sessi. Bis dann, euer Coach. Bis dann, euer Coach.